Hallo. Du bist der von nebenan, oder? Dann bist du wohl die von nebenan. Wie heißt sie? Gloria Graham. Ein großer Name in Schwarz-Weiß-Filmen. Noch nie von ihr gehört. Ich glaube, sie hat sogar einen Oscar gewonnen. Wir waren große Fans von Gloria, deine Ma und ich. Ist das sowas wie ein Date, oder...? Oh. Was für Menschen gehen eigentlich in einen Laden, in dem man auf einem Lampenschaum verewigt ist? Miss Graham? Könntest du mich nach Liverpool fahren? Dort könnte ich mich erholen. Bella kümmert sich um mich. Gloria, hallo. Gloria Graham hätten wir nie in unserer Küche erwartet. Du solltest in ein Krankenhaus gehen, wo man dich behandeln kann. Da bist du besser aufgehoben. Nein! Ich habe vier Kinder. Ich brauche kein Fünftes. Ich bin kein Kind! Du bist alles, was ich brauche. Wir alle wissen, Schatz, was mit Gloria los ist. Ich weiß nicht, was du von mir hören willst. Wie wäre es mit der Wahrheit? Sag mir, wie ich aussehe. Du siehst wunderschön aus. Ich will einfach zurück nach Liverpool und es noch einmal sehen, Peter. Liverpool? Oh. 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 Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du aussiehst wie Lauren Bocall, wenn du rast? Humphrey Bogart. Oh. Und das fand ich auch schon nicht nett. You shouldn't look at me that way.